Okay, unsere nächste Übung sieht wie folgt aus. Wir halten den Ball mit dem rechten und mit dem linken Fuß abwechselnd hoch. Wenn wir den Ball mit dem rechten Fuß hoch spielen, sagen wir die Rückennummer an. Mit dem linken Fuß den dazugehörigen Namen. Ihr könnt die Übung auch zu Hause super machen, denn die Namen kennt ihr super aus dem Stadion. 1 Körber, 2 Pulli, 3, 3, 4 Guga, 5 Koka. 1 ich, 2 Pulli, 3, 3, 4 Guga, 5 Koka, 6, 0, 7 Raschi, 8 Pulli, 9 Alba. 10, Ende, 11, Assam, 12, 5, 13, Joost, 14, Hetti, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, Beckemeyer, 22, Pipo, 23, Flacho, 24, 25, Kühlig, 26, Sese, 27, Agu, 28, Frey, 28, Friesenbichler, 29, Frey, 30, Penny, 31, Haube. 70, 31, 33, 33, 34, Haube. Nioh! Woohoo! Hahaha!